Hallöchen und herzlich willkommen zurück will ich hoffen denn das würde bedeuten ihr habt letztes mal so gesehen daumen hoch gegeben und den killer zwerg abonniert und mich auch hallo killer zwerg na du bist gruselig weil weil du keine textur bei mir hast du bist einfach schwarz das ist voll gruselig du siehst aus wie so ein phantom so ein phantom bist du auch immer und ich habe einen typ gemacht aber ich bin ein weibchen ja ein phantom mit kleinen hügel ehrlich 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 ja nächstes haus oder was sagst du ja ich brauche erstmal ne axt das dauert mit dem fenster hier ich will eine feuer axt haben vielleicht finde ich eine hier im haus so ein laden haben wir hier in dem dorf nicht so ein werkzeug laden habe ich noch nicht gesehen alter wie geil aber die ist kaputt ich brauche ein weaponry packet ich habe eine pistole dann gibt mal her ich habe nie kannst du haben die ist eh kaputt hier 14 stück habe ich jetzt im eimer aber nimm ruhig mit die können wir reparieren so wie ich die andere letztens ich habe einen helm cool ich auch aber noch nicht angezogen tank top habe ich auch ach so ich kann nur eins von beiden nehmen okay football hat oh ja das gibt verteidigung nehmen auch die zweiten peinkeller hat schon alles gelootet das ist gut wollte er nicht kann so wieder weil er auch den medizinschrank großen medizinschrank hier haben nach oben das ist ein kreier was ist denn ist da jetzt gucken dass ihr müll ist noch ein hunting hunting knife book das habe ich schon hier in dem müll wo ich drauf rumhüpfe okay ich höpfe den ganzen tag also da wenn du die treppe hochkommt gleich der müllhaufen paper und glass okay iron desk lassen hose drin die nämlich die wollte ich gerade bloß meine tasche so zu spät das ein häschen hast du das häschen gerade gehört ja das hört sich krass echt jetzt habe ich gar nicht mitgekriegt weiß ich gar nicht mehr ich habe gefragt seit wann schreien die hasen sie haben ja einen übelsten schrei da krieg ich ja schon glatt angst vor ich bin auf dem dachboden du hättest du hättest du hättest du hast noch ein toter ok dann ab durch die tür denn hinter der tür ist ein bücherregal drück mit drück uns die daumen dass das eine forge ist dass da eine forge drin ist also ein buch für eine forge nein ist gar nichts drin ärgerlich kann ich darunter springen noch mehr waffen teile oh nein meine axt ist kaputt was was ist hier los ich komme nicht weg was ist passiert nur die leiter da weggenommen ist gebrochen aber du hast ja ein splint ja mein inventar ist voll willst du willst du willst du munition haben aber es ist auch voll was für eine munition ich habe 762er ich habe 9 mm und ich habe shotgun shells ach ja ich habe auch alle drei ich habe noch einen iron reinforced club kannst du da haben habe ich auch ja dann mach ihn zu scrap metal einen wooden club habe ich und ich habe einen repair tool an den kneifer mich ich kann die blätter die bücher aua die bücher zu blättern machen da haut er mich ja die leiter kann ich ja auch mal eben an die wand hängen zur deko guck mal die leiter denkt sie wie ein tisch eine leiter mit schon wieder ich bin da gerade durchgelaufen laufen laufen einfach durch geht nicht ich bin gerade einfach durchgelaufen komisch sonst haben wir ja alles hier bis auf die couch aber die brauchen wir nicht nächstes haus okay aber ich mache mir erst noch eine neue obwohl er quatsch eigentlich müssen wir erst nach hause und die beute weg bringen oder ja eigentlich schon dass ich mit einem gebrochenen hax noch rennen kann dann noch mal so schnell kommst du mir überhaupt nach ja ich habe noch den müll durchsucht ja geschlossene tür wir haben wir haben das was haben wir denn die fans das fenster habe ich glaube ich ne ach so ne hier ja doch hier war das so einmal reingedienst da ist das geil mit mit so viel ausdauer wie schon gar nicht mehr gewohnt die ganzen sachen hatte ich da nicht was reingepackt komisch so waffen und munition habe ich jetzt in der mittleren kiste ich gehe noch mal kurz weg ja ich wohl kurz mal für etwas ablegen und was ach so du bist gerade am zugriff machen ne ich packe jetzt auch alles oben in die oben rechts in die kiste und dann werde ich das offscreen also ohne aufnahme mal ein bisschen sortieren dann irgendwann das will ja keiner sehen wie ich hier am sortieren bin wo sind denn jetzt meine steine in ach da aber die steine behalte ich im inventar die federn naja ähm du brauchst noch pfeile oder jo ja ok hier liegen 39 ok das weg bandagen behalte ich noch mal dann können die einfachen bandagen weg und ich rede gern mit mir selber ja ähm maple seeds da da können wir irgendwann einen schönen wald von machen mhm chrysanthemen habe ich auch wozu habe ich chrysanthemen mitgenommen ich muss was essen und was trinken ähm ja apropos trinken ich wollte ja noch ähm 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 ich wollte doch noch ähm an die toilette aber wo sind die ganzen habe ich alles an gläsern haben wir acht gläser hast du noch gläser also sowas hier ähm habe ich irgendwo reingepackt frag mich aber nicht in welche kische ach der mann hält einfach keine ordnung na gut okay vergessen wir das mit der ordnung einfach alles wegpacken ne sind keine hier ich sollte das dann irgendwann mal hehehe so wo haben wir denn die toilette hier da so dann muss ich das abkochen ne wo ich nicht da holz habe ich natürlich jetzt da gelassen ja da ist es drei minuten zwanzig fast perfekt noch ein paar stöcker stöcker so und kochen so gleich haben wir wasser dann können wir auch essen kochen und kaffee können wir auch kochen mit eigentlich den einkaufskorb aber und dann kann man da kann man nicht drauf zugreifen hm ne den benutzen naja doch nehme ich mit sicher sicher federn lasse ich auch hier ich hab noch boah ja kommen dann jetzt die ganzen Pfeile du hast die Pfeile noch nicht genommen oder hm kann ich dir gleich mitbringen nö hab sie liegen lassen meine land claim box kommt auch mal in die kiste steine nehme ich mir zum reparieren das dauert ja ewig so einen schick baum dazu fällen ja das dauert echt lange das stimmt ich wollte ja noch was essen nach das geht noch vielleicht finde ich offen wie ich was nach das ist der einkaufskorb den man nicht angucken kann ja in unserem haus meines sonner so warte zwei bäume gefällt jetzt kaputt ich hab dir hier feile hingelegt okay ich sag mal derweil ein paar steine dann kann ich hier steine rum achte wo sind sie wo sind sie hier da sind auch kaum zu sehen direkt vor mir okay stein ein stein harry potter und ein stein perry hotter perry hotter oder harry pot smoker hast du alle meine steine gewusst ich will eine axt das haus finde ich schön da gehe ich jetzt rein wo kann ich dann am schnellsten rein ah ja hier da ist ja schon ein loch auch schon irgendwo ein loch urban combat book ich habe einen geilen hut cowboy hat cooles ding kann ich den ja entweder den oder den ja dann den cowboy hat style vor bonus das ist auch nichts mehr drin schnell mal ist durchgucken hier wasser sehr lecker iron pipes brauchen wir auch alles leer wo mit halb im mülleimer so eine verschwendung die wissen auch nicht wie man müll trennt hier eine mann main mann mann oder ist ein toter Batterie ist doch überall ich erleichtere ihm mal 44 mal machen einen zylinder aber er ist schlechter qualität also den秋 financially die annichten was waren wir denn hier iron reinforced club aber schlecht hier ist genau keller im keller wo bist denn überhaupt eigentlich ich habe ich habe mich nicht bist wahrscheinlich ja ich habe mich in dieses große haus geschlichen da war schon da war schon loch unten und mir gedacht gehst du mal rein mehr als geblüht du kannst ja nicht sein immer noch kein forge buch mensch meno eine feuer axt wäre ein segen damit gehen die türen immer so viel schneller kaputt also wenn mit halt dran hängt ja dann ist was anderes noch ein hut noch ein toter sind das ort zwei bücherregale ich kann den toten kaum anvisieren doch da nix dabei gehabt naja die bücherregale waren leer meine tante wollte gerade nicht klopfen was einfach aufgehört hast du ja glück gehabt wieso habe ich dann glück gehabt was wenn sie dich zerklopfen wollte oder was sagtest du nein meine tante wollte nicht mehr mit der axt drauf zu klopfen ach deine tante du meinst dich selber ja jetzt rallisch erst jetzt rallisch dann erst nicht dass ich ein bisschen langsam wäre manchmal nee du doch nicht achte sind ja noch da sind ja noch egal oder oder schränke okay ich glaube das war es die lampe und der deckel ist ja voll cool schickes teil da war ich noch nicht drin das ist wieder hier geht es auch hoch hoch mit der ja das das haus hier habe ich jetzt auch durch ich habe so ein forschbuch schon mal gefunden und jetzt noch eins ich habe es gerade gemerkt aus wie cool 44 magnum frame und auch noch flawless geil und vier gläser fette beute würde ich jetzt jetzt da kräftigen ja gott sei dank dann mache ich mir gleich erstmal eine crossbow geile sache dann mache ich uns beiden eine natürlich leder oh nein ich vergaß ach ich kann übrigens jetzt wo ich gerade vergaß gesagt habe ist mir was eingefallen eine freundin von mir hat letztens erzählt dass ihr kollege des handwerker zum kunden musste ne in die warte mal wie ich muss es gerade mal in die auschwitzstraße zu herrn göbbels weil es im keller nach gas riecht das ist eine story die schreibt das leben ich habe genauso reagiert ich muss da auch erst mal richtig lachen echt übelst übelst das war krass so oh Eis ich habe Eis danke Schatz aber wie soll ich das essen ich nehme auf das schmilzt doch bestimmt tröpfel alles auf die Tastatur mein 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 arm wird kalt weil er direkt daneben steht ne ich mach erstmal erstmal hier fertig dein Arm steht neben dem Eis mhm wieso steht der äh liegt stehen tut bei mir was anderes oh mal gucken ob das wasser fertig ist wenn ich den Bisch schadet nie zu viel Bisch mach das Arschloch hier den kenne ich noch nicht oh oh man gittigittigitt du Schokostecher ach der ganze Scheiß ey ich muss das erstmal recyceln hier den ganzen Kram den Kram ich glaube ich habe das Polizeirevier gefunden hast du Waffen gefunden äh noch nicht da ist eine Metalltür scheiße aber das ist vielleicht kein Problem wir können ja bald eine Pickaxe machen ähm gut das kann ich alles zum Metall verarbeiten nebenbei kann ich noch ein bisschen ach kann ich nicht er ist schon fertig ich komme nicht dazu mein Eis zu essen tja mhm urban combat book eins lerne ich eins lasse ich dir hier habe ich gleich zwei von musst du nachher aber die Kisten selber durchgucken mhm ach so in der Mitte hatte ich Medizinsachen genau aber das ist ja jetzt auch hinfällig egal Alkohol ja der ist wichtig ganz wichtig Papier ist nicht sehr wichtig Reloading Weekly ich habe ein Magnum Frame gefunden habe ich auch aber meiner ist Flawless Lilla also episch weil bei WoW wäre es jetzt episch meiner ist kackbraun ja ne das ist äh schlecht ich habe auch einen kackbraun warte mal was war das hä wo ist der oder habe ich den schon weggepackt komisch irgendwie fehlt mir hier was ähm ähm nam 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 was kann ich denn noch zum Metall verarbeiten die Pipes wollte ich jetzt noch nicht machen die wollte ich noch behalten ähm 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 okay andere Kiste vielleicht Iron Reinforced Club den mache ich mal zum Metall oh Scrap Iron da ist noch was ähm da ist nix die zwei Cooking Pots ja die mache ich auch zum Metall ähm da ähm der noch ach ja die Casino Token die kann ich ja auch zum Scrap Metal machen stimmt ja dann haben wir schon mal ein bisschen was naja ich habe ja schon 50 Stück davon hast du dabei ja super bringen her ich kümmere mich darum deshalb habe ich doch gesagt ich kann ein Casino eröffnen warum hast du denn die noch nicht weggepackt die nerven doch nur im Inventar ich habe Handlebars das ist eine Handlebars oh cool vielleicht können wir bald so einen Bohrer machen ja der gehört aber mir ja du ist kein Ding Hauptsache wir haben einen einen Menschen hier im Let's Play der sich tief in die Erde buddeln kann und das schnell dafür ist das Ding doch oder ich meine das mit sich selbst rumlabert oder ja genau ich labere ja gern mit mir es redet ja sonst keiner mit mir warte mal ich komme mal zu dir ich will unbedingt dieses Forge Buch haben ich bin ganz heiß drauf bist du das ach das bist du gut aber ich höre Zombies ich sehe Zombies was oh ja da die ist getarnt gewesen ist zu hoch das ist gut ja das war daneben Treffer na nix dabei oh was liegt denn da rum was ist das hier auf Federn MTK nehme ich mit das Ding da das da ich sehe das mal als Zeichen dass ich gleich ach ne ich mache Bolzen mache ich keine Pfeile mehr da liegt noch ein bisschen was von mir habe ich jetzt das Buch habe ich das Buch äh so dein Buch ja Buch liegt da ok ich glaube ich hab's da geht er down wie kommen die scheiß Treppe nicht hoch wieso auch immer sieht witzig aus oder mal du wenn du es nicht schlaffst schaffe ich es glaube ich auch nicht ne nicht mal mit springen man kann hier nicht springen doch wenn man rauf springt geht's ah Scrap Metal also naja MTK ich komme noch kurz mit rein ich dachte durch die Metalltür komme ich eh nicht dann probiere ich es durch die Dinger hier ja aber ich glaube das bringt auch nichts was ist denn da drin ist da noch ein Waffenschrank ja ist da ein riesen Ding da wieder soll ich dir noch ein paar Steine geben dass du da äh dass du dich da durchbohren kannst hm ich glaube da tut sich was also ja da tut sich was guck mal was mank da streff ich dich auch nicht die nicht die Dinger ach so da unten ja ich muss mal meine Axt grad reparieren ach die kann man auch reparieren ja mit dem Stein ach ja willkommen zu Let's Hack 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 Fleisch Hack Soße Hack Bällchen Let's Hack Hack Igel ach ne ist ein Mettigel jetzt hatte ich wieder kein Ausdauer mehr ich hab noch ein bisschen ja mach weiter ich hab ja eigentlich was zum trinken ah sehr gut kaputt dann schau mal rein was da so drin ist ich gucke in den Kühlschrank ah der ist leer oh je 45 Sekunden der Stein kommt mir ganz langsam jetzt hab ich ihn eingesammelt hab ich bestimmt reinget aber ist ja nicht schlecht so ein paar Steine zusammen damit man seine eigene Hütte auch reparieren kann oben kannst du auch mal gucken da hab ich auch ein paar Sachen in leichten deponiert und so ah ok ich guck mal ach du hast du hast dieses Haus schon durchgeguckt oder wie mhm ja ah ok das ist der letzte Dinger wo ich glaube ich noch nicht hab ah also hier gibt's einen Keller also ne und die große Wahrheit kommt oh nein ich hab nen Bug ich hab nen Bug was für einen jetzt ist er wieder weg ähm mein Rucksack war noch weiterhin zu sehen obwohl das Crafting ähm ähm Ding weg war ach so auf dem Dach warst du auch schon ne ja ich glaub schon äh der ist nicht empty da ist nur ein Knochen drin ah der Air Conditioner den hast du nicht angefasst der war untouched 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 und da ist ein Stein drin und ein Bandana kann ich die stapeln nope dann bleibt das da drin oder warte mal ne kann ich nicht stapeln ey ich hab ich hab so viele Bandanas gefunden ich hab ein schwarzes ein braunes und ein rotes was willst du haben ich hab selber ein 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 grünes ah ok das siehst du natürlich nicht ne leider nicht forge ahead meine lieben Freunde wir können eine Schmiede bauen ja eigentlich schon längst aber ich hab nicht geklickt aber das machen wir glaube ich nächste Folge ok weil wir schon wieder bei 27 Minuten sind ich gehe noch vor dem Einbruch der Nacht nach Hause und dann weiß ich was ich nachts machen kann oh ich hab schon wieder einen drin äh ist leer da war ich schon hm dieses Haus haben wir glaube ich noch nicht durchsucht weißt du wie man ganz einfach in ein Haus einbrechen kann wo ein Keller hat wo denn nö die Scheiben einschlagen ach so na gut auch nicht schlecht das geht natürlich auch nur dass ich in dem Keller schon drin war hier das Haus waren wir da drüben schon in der Garage ich weiß sie nicht ich werde mal nach Hause gehen ok ich werde mal noch ein paar Stöcker ne brauchen wir gar nicht ich hab ja ganz viel Holz gesammelt oh da waren wir noch nicht ne so ich mach uns zuerst ne Crossbow ne ok weil ich werde so viel Metall wahrscheinlich nicht rauskriegen aus den Dingen ähm oder oder ne Axt also ne Pick Axt damit wir uns noch mehr Metall holen können aus den Steinen die draußen liegen äh da rumliegen und am besten finden wir unterm Host noch ne riesen Mine wie letztes ja das war das war das haben wir auch nicht aufgenommen wir haben echt ne riesen Mine gefunden und da war alles voller Eisen was war da denn noch so Blei auch noch ne das war ein paar Minuten lang verlaufen ja das wäre ein geiler Content gewesen Alter na gut dann ähm machen wir mal Schluss für heute ne nach rechts nach gerade auch ja da ging es überall hin eine riesengroße Höhle die war so hoch wie das Gebäude hier ja wenn ich sogar noch höre ey ja na gut dann sag ich mal vielen Dank fürs Zusehen zu schauen zu sehen seh zu Alter und für das Daumenhöchchen oder in die Höhe für das Däumchen in die Höhe ein Däumchen wäre ein Träumchen oh scheiße bei LeFloid geklaut Mist bei Kronk habe ich jetzt schon geklaut bei LeFloid habe ich geklaut hm regt euch in den Kommentaren drüber auf hm 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 bis zum nächsten Mal ich packe jetzt noch schwinden meine ganzen Dinger hier rein und dann 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 das ist ne gute Idee dann kann ich dir das wieder aufräumen hm hm naja gut bis morgen oder bis übermorgen mal sehen ciao oder so irgendwie tschüss